Das Weihnachtsfest ist ein religiöses Fest für die Kuffar. Und das ist nicht ein religiöses Fest von den Nassar, von den ursprünglichen Christen. Sondern das ist im Laufe der Zeit erfunden worden, liebe Geschwister, von den Heiden selber. Und sie sagen, wer ist geboren an diesem Tag, was sagen sie? Isak, der Sohn Gottes. Pass auf, wenn du demnächst Weihnachten feiern möchtest, wo die Kuffar, die Ungläubigen sagen, Willida ibnullah, der Sohn Allahs ist geboren worden und deswegen feiern wir diesen Tag. Wenn du willst, sag ihm herzlichen Glückwunsch, dann sagen wir dir aber einen herzlichen Abschied. Hat Allah einen Sohn? Qul huwallahu. Ahad. 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 Lam yalid wa lam yalad. Er zeugt nicht und wurde nicht gezeugt. Allah bat, warum sie schreiben, Allah ein Sohn zu uns. Und bald sind diese Weihnachtstage. Hört diese Ayah von Allah Azzawajal? Allah Azzawajal sagt, und sie sagen, die Kuffar. Allah Ar-Rahman, der Barmherzige, hätte sich einen Sohn genommen. Hört mal, wie die Geschöpfe Allahs darauf reagieren, auf diese Aussage. Und sie sagen, Allah hätte sich einen Sohn genommen. Fast würden die Himmel daran zerbrechen. Und die Erde sich spalten. Und die Berge zerbröseln. Aus Eifersucht, dass diese Leute über Allah diese Schämtische beraten. Und du gehst und feierst Weihnachten. Fast würden die Himmel zerbrechen. Und die Erde sich spalten. Und die Berge zerbröseln. Warum? Weil sie behaupten, Allah hätte sich einen Sohn genommen. Wie können wir zu so etwas hier sein? Ich meine, ganz im Ernst. Zwischen uns, ja. Wir sind hier unter uns, Muslimen. Feiern die Kuffar unsere Feiertage? Nein. Wo ist dann dein Problem? Wo ist dein Problem? Hast du mal erlebt, dass ein Käfer, Peter oder Thomas bei Idul Adha losgezogen ist, sich einen richtigen Hammel geschnappt hat und geschlachtet hat und dann verteilt hat? Hast du das mal erlebt? Er wird das nicht machen. Ja, aber warum du? Ja, sie haben ihre Identität mit ihrer Religion und wir haben unsere Identität mit unserer Religion. Warum schämst du dich? Aber wir sind auf dem richtigen Weg. Und das stört sich, wenn wir das sagen. Aber das sagt wer? Allah. Qul inna hudallahi huwa huwa l-huda. Sprich, die Rechtleitung Allahs ist die beste Rechtleitung. Wer? Wer sagt das? Allah. Sie sagen als Menschen, sie sind die Beste. Aber Allah sagt als Schöpfer aller Menschen etwas an. Deswegen. Aber man sollte gut mit ihnen umgehen. Und natürlich auch für die Konvertierten wichtig, wenn die Eltern Alkohol trinken am Tisch, du darfst nicht mit ihnen sitzen, selbst wenn du den Alkohol nicht trinkst. Selbst wenn du den Alkohol nicht trinkst. Der Prophet Muhammad s.a.w. sagte, Hadith al-Sahiyah, derjenige, der an Allah um den jüngsten Tag glaubt, sitzt nicht an einem Tisch, wo der Alkohol eingeschmiert wird. Deswegen, davon musst du dich distanzieren. Sonst kommt der Fluch Allahs. Die denken, weil sie es so in ihrer Religion gelernt haben, man kann ja immer Kompromisse machen. Die wissen nicht, dass ein Muslim keine Kompromisse machen darf, weil das nicht seine Religion ist. Sondern das ist die Religion von Allah. Heute habe ich euch eure Religion vervollkommen. Sagt Allah azzawajal, was willst du daran ändern? Oh, Dina Allahs, was willst du daran ändern? Du darfst daran nichts ändern. Das ist die Religion Allahs. Und ich bin zufrieden mit der Religion, sagt Allah. Willst du daran was ändern? Du darfst das nicht ändern. Aber du erklärst deinen Eltern auf beste Art und Weise, dass dieses von dir nicht so praktiziert werden kann. Und dass du das in keinem Fall machst. Aber gleichzeitig machst du ihnen ein Gegenangebot, dass du an anderen Tagen, am besten schon davor oder danach, mit ihnen auch was Schönes unternimmst. Und eine Sache finde ich traurig. Viele, die den Islam angenommen haben, sind nach dem Islam schlimmer geworden zu ihren Eltern. Auzhu Billah. Wallahi, der hat vom Islam nichts verschwunden. Wisst ihr, dass manche Eltern den Islam nur deswegen annehmen, weil sie sehen, mein Kind ist viel besser zu mir geworden. Weil diese Taten von ihm, sagen sie, die kommen nicht von ungefähr. Vorher war er nicht so. Auf einmal hat sich etwas geändert, das kann nur von was kommen? Von seiner Religion. Darauf nehmen sie den Islam an. Aber manche Leute bei uns, Wallahi, der beschimpft dann seine Eltern. Auch wenn sie Kofar sind. Fürchte Allah und behandelte deine Eltern mit voller Barmherzigkeit. Wir erhoffen uns doch, weil auch wir unsere Eltern lieben, dass sie irgendwann was annehmen, den Islam. Wir hoffen, dass du. Liebst du deine Mutter? Liebst du deine Mutter? Liebst du deine Mutter? Und es kann sein, dass ihr Mütter habt, die keine Muslime sind. Aber das ist die natürliche Liebe, sagt ihr die Gehörte. Und die hat jeder. Selbst der Prophet Muhammad s.a.w. hat seine Mutter geliebt, obwohl sie im Höllenfeuer ist. Möge Allah s.a.w. uns bewahren. Liebe Geschwister. Und man darf einem Kafir zu seinem Feiertag nichts schenken. Nicht schenken. Abu Hafs al-Kabir, rahmatullah a.s.a.w. sagt, derjenige, der einem zu Nairuz. Nairuz ist ein Feiertag der Perser gewesen. Auf jeden Fall ganz gleich, welcher Feiertag von dem Kofar das ist. Wer ihm nur ein Ei schenkt. Ein was? Ein Ei. Und er hat Allah 50 Jahre angebetet. So wird Allah alle seine Taten vereiten. Wegen einem was? Wegen einem Ei. Aber was bedeutet das, was der großartige Gelehrte gesagt hat? Er meint damit, du schenkst jemanden, weil du seine Religion bestätigst und ihn bestätigst. Dürfen wir das machen als Muslime? Inna dina ind Allah al-Islam. Weil die Religion bei Allah ist der Islam. Und du darfst keine andere Religion bestätigen. Egal, wenn du deine Mutter oder deinen Vater liebst. Diesen Unglauben, den diese Person im Herzen hat, davon musst du dich freisprechen. Das ist Al-Bawar. Das ist Al-Bawar. Dass du dich davon los sagst. Egal, wer das ist. Nicht, dass du sagst, weil es meine Mutter oder mein Vater ist, bestätige ich ihre Religion. Das darfst du niemals machen als Muslime. Nein, du darfst nicht ihnen etwas zu ihrem Festtag schenken. Und schon gar nicht etwas, womit sie sogar noch ihr Fest feiern. Möge Allahi Saut an uns bewahren. Ba'arab-laofikum. Wo zazakum lachena.